So, es ist kurz nach sechs. Ich sage herzlich willkommen heute Abend bei uns im Kino des Deutschen Filmmuseums von Filminstituts zur Filmvorführung von NOW. Wir zeigen den Film. Es ist heute die Frankfurter Premiere, der Sie beiwohnen. Und wir haben die Freude, im Anschluss ein Gespräch führen zu können mit einer Vertreterin der Frankfurter Extinction Rebellion, Nathalie Bromberger. Sie sitzt schon hier und wird mit uns den Film gucken und dann eben im Anschluss für Fragen und ein Gespräch zur Verfügung stehen. Der Regisseur des Films, Jim Rakete, ist grundsätzlich, aber vor allem auch gerade hier im Haus, kein Unbekannter. 2011 hatten wir die Chance, seine Fotografien Stand der Dinge zur deutschen Filmgeschichte mit deutschen Filmschaffenden als Ausstellung zu zeigen. Und hier hat er nun seinen ersten Film, eine Dokumentation gedreht, ein Porträt von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, den wir im Rahmen der Begleitfilmreihe zur aktuellen Sonderausstellung Katastrophe – Was kommt nach dem Ende? zeigen. Die Ausstellung ist jetzt der Werbeblock. Die können Sie noch bis zum 9. Januar im dritten Stock bei uns sehen. Sie verfolgt die Faszination an Katastrophenfilmen, Bilder von Katastrophenfilmen und eben mögliche Katastrophen, die geschehen könnten. Jetzt wünsche ich uns und Ihnen auf jeden Fall erstmal viel Spaß, Interesse, interessantes Filmscreening. Ich begrüße noch mal ganz herzlich bei mir Nathalie Bromberger, Vertreterin von Extinction Rebellion Frankfurt. Und vielleicht könnten Sie einfach Ihre Gruppe, sich was Sie machen, kurz vorstellen? Oh ja, kurz. Ja, Extinction Rebellion ist eine der Klimagerechtigkeitsbewegungen, die im Moment ja auch hier in diesem Film und überhaupt auf dem Planeten aktiv sind, um zu versuchen, die Klimakatastrophe aufzuhalten, die ja schon längst da ist. Ja, ich bin schon lange in der Klimabewegung. Für mich war das Besondere an Extinction Rebellion einmal, dass sie diesen Slogan brachten, This is an emergency, dies ist ein Notfall. Und das für mich so das Gefühl wiedergegeben hat, ja, was ich schon fühlte. Wir können nicht mehr über Klimawandel reden, es ist nicht mehr nur was, was langsam passiert. Wir sind in einer existenziellen Krise. Und ja, auch dieses, wir machen zivilen Ungehorsam, friedlichen zivilen Ungehorsam, wie einige Länder auch und viele andere Bewegungen. Und Extinction Rebellion hat einfach andere Forderungen. Wir fordern als einmal 2025 schon den Ausstieg aus der, also schon die Klimaneutralität. Und weil wir eben wissen, wie wichtig ist, dass das ganz schnell geht. Und die große Forderung von Extinction Rebellion ist eigentlich die BürgerInnenversammlung. Wir sagen, wir brauchen eine BürgerInnenversammlung, weil das der schnellste Weg ist, politische Entscheidungen auf den Weg zu bringen. Haben wir ja gesehen, der KlimabürgerInnenrat hat dieses Jahr ganz wunderbare Empfehlungen gemacht. Nur leider ist es ein freiwilliger KlimabürgerInnenrat gewesen, der von der Regierung nicht akzeptiert wird. Und wir brauchen einen, der von der Regierung akzeptiert wird. Und in Frankreich gab es ja einen, der auch von der Regierung nicht ganz gefolgt wird, nur teilweise. Aber der hat auch gezeigt, dass die Bevölkerung eigentlich nicht das Problem ist. Die weiß, wie ernsthaft die Krise ist und die will, dass gehandelt wird. Und das Problem ist halt die Politik, die nicht handelt. Das ist so kurz zusammengefasst, Extinction Rebellion. Vielleicht noch, dass wir extrem künstlerisch und kreative Aktionen machen. Aber ja, ansonsten gibt es viele andere tolle Klimabewegungen. Also wir sind nur eine von vielen. Das fand ich ja, wurde in dem Film also auch wirklich durch die Bank und von fast allen immer wieder betont, diese Dringlichkeit. Also der Film natürlich auch, der ist ja an der Stelle auch sehr stark gemacht. Also er agiert mit extrem starker Musik, mit sehr schnellen Schnitten, mit sehr vielen Close-Ups. Also das ist schon ein Film, der genau dieses Jetzt-Handeln-Müssen, diesen appellativen Dringlichkeitsaspekt sehr formal auch sehr stark aufnimmt. Aber das sagen ja auch tatsächlich alle Interviewpartner, die befragt werden oder die Statements abgeben. Selbst Heiko Maas, wenn auch in sehr abgeschwächter Form. Diese Collage-Stil, der so eine Mischung aus Wut und Aktivität zum Ausdruck bringt und der, ist das ein bisschen das Gegenteil zu dem, was Politik und weite Teile von Wirtschaft, Gesellschaft gerade in Handlung, also machen, ist das was, was sozusagen auch eine Bewegung wie Extinction Rebellion oder vermutlich dann auch die anderen mit umtreibt? Also diese große Diskrepanz zwischen dem Wissen und zwischen dem eigenen Gefühl für die Notwendigkeit zu handeln und dem, es scheint ja fast wie ein Stillstand auf manchen Stellen andererseits. Ja, sogar, es ist ja nicht mal ein Stillstand, sondern der CO2-Ausstoß hat ja jetzt noch drastisch zugenommen, während gleichzeitig der IPCC-Bericht, der letzte Woche rauskam, ja gesagt hat, es geht alles noch viel schneller als gedacht. Also wir steuern noch viel schneller auf eine Klimakatastrophe zu. Wir haben nur noch vier Jahre, bis der CO2-Ausstoß am höchsten Punkt sein muss. Also es muss gestern gehandelt werden, das ist ganz klar. Und dieser Film ist ja von 2019 und letzte Woche waren wir mit vielen jungen Leuten, also vor allem junge Leute leider, sind die Leute meines Alters und alle, ja ab 40, kaum noch dabei immer, waren wir in Berlin ja auf den Straßen beim August Rise Up und da kam, nur um zivilen Ungehorsam, friedlichen zivilen Ungehorsam zu machen, und da kam Montag dieser Bericht raus, nochmal, ich glaube es war Montag, und die Betroffenheit in der Bewegung, wenn man einfach sieht, wir steuern so schnell auf diese Katastrophe zu, dass wir wirklich jetzt alles fallen lassen müssen, alles andere und nur noch darauf achten und die Politik, die gleichzeitig einfach diese vollkommene Ignoranz zeigt, die nicht mit uns ins Gespräch kommt, die nicht reagiert, die Medien, die kaum berichten eigentlich, also es wird schon berichtet, aber es wird nicht berichtet auf eine Weise, die was bringt, immer nur zu zeigen, es gibt Katastrophen und nicht zu zeigen, was die Lösungen sind, also das hat mich einfach total betroffen gemacht, weil da junge Leute auf der Straße sind, die einfach wissen, sie haben keine Zukunft, sie keine Kinder mehr kriegen können, weil sie wissen, das ist nicht zu verantworten, also solche Sachen, das hat mich schon, also ja, das ist diese Ohnmacht, die man dann erfährt, denke ich, dass man einfach merkt, man ist in der Katastrophe, wie in so einem Katastrophenfilm, den Sie ja hier auch in der Ausstellung zeigen, da gibt es immer diese WissenschaftlerInnen, die sagen, ja, da kommt der Vokanausbruch und wir müssen was tun und keiner hört dann auf die, und im letzten Moment kommt es dann noch, wird alles gut, nur dass wir jetzt ja nicht die Situation haben, dass nur eine WissenschaftlerIn warnt, sondern 97 Prozent der Wissenschaftler seit 50 Jahren waren oder inzwischen, seit 50 Jahren wird gewarnt und dass wir eben nicht, ja, dass wir nicht die Zeit, dass wir das seit 50 Jahren warten und das, also das macht mich manchmal total ohnmächtig tatsächlich. Das fand ich, würde auch ganz klar in dem Film, also diese Mischung aus Klimaangst, die ja, also in diesem Fall waren es ja auch vor allem junge Leute, die vor die Kamera traten, die interviewt wurden, die Teil dieser aktivistischen Bewegungen waren, also diese Angst vor einer Zukunft, die sie für sich gar nicht mehr so richtig sehen können, in diesem Gefühl von Ohnmacht, das war ja schon sehr stark. Und da fand ich aber umgekehrt dann den Wim Wenders Beitrag relativ interessant, weil ich, also weil das ja so ein alter Klimaaktivist ist, zumindest ein alter Aktivist ist, der für sich sowas, also glaube ich, eine völlige Resignation erfahren hat. Und also so wie er darüber berichtet, war das ja auch erschütternd zu sehen, wie selbst Leute, die mal Utopien und Ideale verfolgt haben, oder selbst Leute, aber wie die einfach an viel Gleichgültigkeit und wenig Erfolg irgendwann aufgeben. Ja, das ist eigentlich das, was mich am allermeisten erschüttert an dieser ganzen Sache, wie oft ich von Erwachsenen, älteren Leuten höre, die sagen, ah, die Jugend ist so toll und ich denke dann, ja, ihr könnt das auch. Es ist nicht gesagt, dass die Jugend jetzt ihre Jugend opfern muss und ihre Zukunft ist unsere Aufgabe. Und dann sagen so viele Leute, kommen dann so, ja, ich habe früher auch demonstriert und ich denke, ja, aber du hast das früher gekannt, du kannst es jetzt auch noch. Es ist nicht vorbei, die Möglichkeit. Man kann, es gibt dieses tolle Bild von Günter Grass und Heinrich Böll, da waren die schon ziemlich alt, da saßen die, glaube ich, mutlang zusammen auf der Straße und haben die Straße blockiert. Also man kann das auch als älterer Mensch und man muss auch nicht die Straße blockieren. Man kann auch kochen für die Leute, man kann emotional support machen, man kann, es gibt hunderttausend Möglichkeiten, Kostüme nähen. Ja, also jede Person hat ihre Möglichkeiten in der Klimabewegung was zu machen und man muss auch nicht so Angst davor haben, weil diese jungen Leute sind einfach wunderbar und die Klimabewegung ist eine ganz wunderbare Bewegung und es macht Spaß. Es tut gut, endlich was zu tun und endlich nicht mehr nur die Nachrichten zu sehen und zu verzweifeln und zu sagen, oh, das ist schrecklich, sondern aktiv zu werden. Aber ich verstehe nicht, woher diese Resignation tatsächlich kommt, wie bei Wim Wenders, dass Leute so gar nicht mehr das Vertrauen haben, dass man noch was tun kann. Entschuldigung, ganz kurz, Mikro, genau. Ja, wenn Sie es an den Mund halten, hören wir Sie. Ja, also nochmal, ich bin auch über 40. Mir ist aufgefallen, dass wenn die Erwachsenen gesprochen haben, also die Guten, wie zum Beispiel der Herr Hickel aus London, sehr darauf hingewiesen hat, dass das ein bisschen tiefer geht, sprich Wirtschaft und, wie ich meine, auch juristisch. Da kam jetzt recht wenig drüber. Also ich gehöre auch zu denen, die über die Thematik nicht nur nachdenken, sondern auch gern was machen würden. Ich habe nur keine Ahnung, wo, außer jetzt zu den Kindergruppen oder auf der Mitdemonstrieren, man was machen kann. Ich meine das jetzt todernst. Das Demokratiesystem, das wir haben, besteht ja darin, dass wir die Stimme abgeben an Leute, von denen wir meinen, dass sie es besser können. Also die Abgeordneten, so ist das ja hier bei uns. Die Urform von Demokratie, nämlich, dass Leute mitreden, mitbeteiligen, ist das jetzt nicht mehr so. Am Wuppertal-Institut, da gibt es schon seit längerer Zeit, wissen Sie wahrscheinlich auch, die Sachen mit der Bürgerbeteiligung, die das da erarbeitet haben, mit Mediation und so weiter. Von sowas hört man recht wenig. Also ich volontiere eher zu, was in der Richtung machen. Also vielleicht, wo wir Erwachsenen ein bisschen was, das Fundament ein bisschen absichern können in Wirtschaft und Justiz. Wenn es sowas gibt, so eine Gruppe, gerne. Also zum Beispiel Extinction Rebellion setzt sich eben für die BürgerInnenversammlung ein. Das sind ganz viele Leute, die mit anderen Bewegungen gemeinsam daran arbeiten, dass wir eben diese BürgerInnenversammlung kriegen. Und es sind auch Leute eben in meinem Alter bei, man muss da nicht unbedingt jung sein. Und dieser KlimabürgerInnenrat dieses Jahr, dieser Testweise, war ja ein Versuch, genau das durchzusetzen. Es gibt auch natürlich zum Beispiel German Zero, die versuchen jetzt schon das Gesetz zu schreiben, also gerade wenn es um juristische Ideen geht, dass die Bundesregierung dann quasi aus der Schublade ziehen kann, wenn sie endlich wach wird. Also die sagen, das dauert zu lang, wenn wir erst warten, bis dann irgendwann die Regierung es macht. Wir machen das Gesetz schon, da bringen sich auch JuristInnen und andere ein. Also es gibt ganz, ganz viele Initiativen, also wir beraten auch immer gerne. Es gibt Leute, die kommen zu uns und dann sage ich ja, du bist besser aufgehoben bei der Bewegung oder der. Einfach weil man muss das machen, wo man auch dran glaubt und was zur Persönlichkeit passt. Und manche Leute glauben an juristische Schritte, die sind ja auch super wichtig, zumal eine ganz wichtige Kampagne sind diese Klagen von der Deutschen Umwelthilfe, das ist super wichtig, oder das Ökozidgesetz. Es ist auch so eine juristische Sache und es gibt wirtschaftliche Modelle, es gibt alles. Das ist ja einerseits das Tolle, es gibt die Lösungen. Und ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, die Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen, das war so einer der Filme, der mir auch wieder Mut gemacht hat, als ich schon verzweifelt war, wo ich dachte, ja, wir haben ja das Wissen, wir wissen alles, wir müssen es nur umsetzen. Und ich denke, einfach nur irgendeinen Weg suchen, wo man sich da beteiligen kann, ist auf jeden Fall super. Ja, danke schön. Es ist ja im Prinzip auch das, was Jim Rackete, also der Regisseur dann in seinem begleitenden Pressestatement sagte, ist schon, dass er mit diesem Film eigentlich Hoffnung wecken wollte, dass er bei aller Traurigkeit, die man erfahren kann, wenn man sich dieses Gefühl von Ohnmacht und die Handlungsarmut, die da herrscht, anguckt, dass er trotz allem eigentlich dazu beitragen wollte, zu zeigen, nein, es gibt was, man kann noch etwas tun. Und genau, das war ja für ihn auch ein zentrales Anliegen eigentlich. Ja, das ist sowas Verrücktes. Es gibt ja diesen Spruch, Hope dies, Action begins. Ich glaube, der ist gar nicht von Extinction Rebellion, irgendjemand anders hat den erfunden. Aber das ist sowas Verrücktes, dass man, wenn man sich einmal aufhört, diese vage Hoffnung zu haben, irgendwie die Politik wird schon richten, und anfängt aktiv zu werden, dass eine ganz andere Art der Hoffnung entsteht. Weil man eben mit Menschen zusammen sind, die auch handeln, weil man nicht mehr so dieses Passive hat, zu warten. Also ich glaube, dass Hoffnung entsteht eben auch im Handeln. Und das ist eine Erfahrung, die wirklich stimmt. War das da oben eine Frage? Also in dem Film meiner Ansicht nach kam zu wenig zum Ausdruck, dass Individuum, dass nicht irgendwelche Gesellschaften oder politische Ströme oder überhaupt Kollektive verantwortlich sind, sondern dass jeder Einzelne und die Schäden, die verursacht sind schon inzwischen, gegen die kann ja jeder Einzelne schon also sein Bewusstsein stärken und entsprechend sein Leben vielleicht sogar ein bisschen motivieren, also daraufhin einrichten, dass man das vermeidet, was jetzt im Kollektiv schlimm geworden ist. Dass also jeder einzelne Mensch weltweit sich mühen kann, dem entgegenzuwirken. Stimmt natürlich auf jeden Fall, dass wir als Einzelnen auch was tun können. Ganz, ganz wichtig. Nur es ist schon sehr anstrengend, als Einzelne was zu tun, wenn die Regierung nicht die richtigen Gesetze macht. Also zum Beispiel, wenn die Regierung Plastikverpackungen verbieten würde, dann müsste ich nicht den ganzen Supermarkt durchsuchen, um noch irgendwas Unverpacktes zu finden. Also es wird uns einfach unheimlich schwer gemacht, uns gut zu verhalten. Und ja, also natürlich, auf jeden Fall ist das auch gut, aber ich glaube, wir sind an dem Punkt, dass wir halt auch kollektive Lösungen brauchen. Also zum Beispiel den CO2-Ausstoß von den großen Unternehmen kann ich als Einzelne kaum beeinflussen. Also ich glaube, wir brauchen beides, individuelles Handeln, auf Fleisch verzichten, was ja diese ganzen Lungenleute auch schon machen. Die essen ja alle vegan und reisen nicht mehr und so weiter. Aber halt auch, die Regierung muss einfach auch handeln, um es uns als Konsumentinnen möglich zu machen, gut zu handeln und auch gerechte Lösungen zu finden. Ja, das ist ja einer dieser Dauerdiskussionspunkte. Also wie weit geht individuelle Verantwortung oder individueller Einsatz? An welchen Stellen ist das möglich? Auch in welchen Gegenden ist das mit Gewinn möglich? Und wo müsste eigentlich eine größere Instanz, eine Gesellschaft, eine Industrie oder eben eine gesetzgebende Institution eingreifen? Und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Klar kann man individuell was tun, aber da gibt es, wie Sie ja schon sagten, einfach extreme Grenzen. Es gab jetzt auch gerade Proteste von Ende Gelände und Extinction Rebellion hier gleich gegen eine, ich weiß nicht, irgendeine norwegische Firma, die verursacht einen, ich glaube 0,5 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes oder so. Oder diese Abholzung im Regenwald für Soja, was dann in Tieren verfüttert wird, weil wir diese, das sind Sachen, die sind als individueller Konsument natürlich ein bisschen zu beeinflussen, indem ich bestimmte Produkte boykottiere. Aber wir können ja kaum diese Lieferketten verfolgen oder so. Also wenn da Gesetze gemacht würden, die einfach den Import von Soja verbieten würden oder das Verfüttern von Soja an Tiere verbieten würden, dann wäre das für uns sehr viel einfacher. Also immer diesen beide Wege sehen, denke ich, ist gut. Oder mit dem einen Weg auf die anderen einwirken. Also ich finde es schon sehr wichtig, was Sie sagten, dass das Individuum nicht vergessen werden darf. Ich denke, es kann sich nicht jeder in Bewegungen engagieren. Die Bewegungen haben eine riesige Bedeutung. Das ist mir jetzt auch durch diesen Film nochmal ganz, ja so richtig unter die Haut gegangen. Und sehr emotional hat mich das berührt. Aber, dass Sie jetzt schon wieder sagen, ja der Einzelne kann eigentlich nicht so viel tun, das finde ich total mies, weil dann jedem Einzelnen auch die Freude an dem eigenen Engagement genommen wird. Und man kann sehr viel tun. Ich denke, das Verhalten der Verbraucher beeinflusst letztendlich schon auch das, was angeboten wird. Das kann man nicht so an den Rand drängen. Und die Bewegungen bewegen viel und die Bewegungen setzen ja auch Impulse. Und ich denke, diese Impulse, ich weiß es auch nicht, wie das besser gehen kann, aber diese Impulse, es werden bei Umfragen, wird gesagt, ja 95 oder vielleicht 60 Prozent sind dafür, dass Fleisch besser produziert wird und weniger produziert wird. Aber was wird gekauft? 90 Prozent kaufen das andere. Und das ist eine Diskrepanz, die bei jedem Einzelnen von uns liegt. Bei mir und bei anderen. Und ich denke, das ist etwas, wo unser Augenmerk auch darauf gerichtet werden sollte und könnte. Dass man nicht wartet auf die Gesetze, die das Plastik verbieten, sondern dass jeder selber die Einsicht hat. Und das kam ja auch in vielen Dingen raus, dass es die Verantwortung für die Allgemeinheit bei meinem eigenen Handeln anfängt. Und das finde ich ganz wichtig. Auf jeden Fall, und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber ich glaube, es ist nur so, dass sich sehr viele Konsumenten auch sehr schuldig fühlen die ganze Zeit. Also immer in einem chronischen, schlechten Gewissen rumlaufen. Und auch eine zweite Sache ist, dass bei dem BürgerInnenrat, der dieses Jahr stattgefunden hat, der ja willkürlich oder zufällig ausgewählte Menschen waren, die sich gar nicht vorher mit Klima vieler beschäftigt hatten und von ExpertInnen beraten waren, die haben zum Beispiel gesagt, sie wären zu 98 Prozent der Leute einverstanden mit einer Umstellung auf die ökologische, pflanzenbasierte Ernährung. Also fast kein Fleisch mehr zu essen. 98 Prozent dieser BürgerInnen waren bereit. Aber was die alle gesagt haben, wir wollen eine gerechte Lösung. Also wir wollen eine Lösung, wo nicht die Reichen sich das Fleisch leisten können und die Armen nicht. Und das sind so Sachen, die einfach nicht alles, also wir als Konsumenten nur begrenzt lösen können. Also Bio-Essen ist wahnsinnig teuer, unverpackt. Also ich kaufe alles unverpackt, aber das ist einfach extrem teuer. Das können sich ganz viele Leute nicht leisten und das kostet viel Zeit. Also da könnte mir die Gesetzgebung einfach helfen, dass auch arme Leute unverpackt einkaufen können. Also ich denke, das ist dieses Zusammenspiel. Wir haben alle die Verantwortung, aber wenn die Gesetzgebung uns nicht hilft, ist es erstens schwierig und zweitens, wir haben nur noch wenige Jahre. Also wir müssen auch, wenn wir das alles den Konsumenten überlassen, dann dauert das. Dann können wir natürlich auf Dauer mit unseren Einkäufen was beeinflussen. Aber jetzt haben wir so wenig Zeit, wie der neue IPCC-Bericht sagt. Und wir merken es ja. Wir haben ja die Hochwasserkatastrophe hier gehabt schon. Und da wird gesagt, das wird jetzt zehnmal im Jahr vorkommen vielleicht. Worauf warten wir noch? Also wir müssen jetzt so schnelle Lösungen haben, dass wir einfach, und das sagen diese Bewegungen alle, zusätzlich zu den individuellen Sachen, einfach politische Lösungen brauchen. So war das gemeint. Nicht, dass die Individuen keinen Einfluss haben. Habe ich eine Frage? Ja. Ich möchte erst mal sagen, mich da hat der Film beeindruckt. Ich bin beeindruckt eigentlich auch von den Figuren oder Protagonisten, die der Jim Rackete ausgesucht hat. Und einige davon kennen wir natürlich, Greta und so. Aber es gibt doch auch einige Statements und es gibt auch einige, also ich finde es sehr beeindruckende, charismatische Personen. Das ist wahrscheinlich auch wirklich wichtig, weil wir brauchen sozusagen diese Führungspersonen und gleichzeitig aber stagniert ja alles. Das kriegen wir ja alle mit. Wir sitzen, ich gucke mich um, wie viele Leute sind hier? Viel zu wenige. Wir sind heute tatsächlich ausverkauft. Ich muss leider sagen. Nein, nein, das Dramatische. Wir wissen aber draußen an der Tür, die Leute und so. Ich weiß, aber das Dramatische ist ja, dass wir einfach diese Begrenzung haben. Wie auch immer. Jedenfalls, wir wissen, es geht zu langsam und wir wissen auch alle, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich ist, es gibt tausend Sachen, die verhindern, dass wir auch aktiv werden und so. Mir ging die ganze Zeit durch den Kopf. Das finde ich sehr gut, dass es im Film angesprochen wird und auch, wie Sie ja gerade gesagt haben, mit dem Wirtschaftswissenschaftler aus England, das ist wirklich ein Grundproblem, denke ich, das System ist, in dem wir leben, weltweit, ist nämlich wirklich dieses Wirtschaften, wie wir wirtschaften, dieses Konsumieren und dieses buchstäblich jeden Tag, sag ich mal, basiert unser ganzes Leben auf Ausbeutung der Ressourcen, anderer Menschen sowieso und so weiter. Also und da, da wird die Sache unglaublich komplex und gigantisch groß, weil das ist so auch das Problem, was ich jeden Tag habe. Ich sage, mein Gott, ja, jetzt verzichte ich auf diese Plastiktüte oder ich mache so diese individuellen Sachen und das ist noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist eigentlich gar nichts, weil gleichzeitig, und das kriegen wir sogar mit jetzt, gehen Flüsse, die Ahr runter und zerstören halt ganze Häuser. Wir wissen also, wir wissen alles und jetzt ist wirklich die Frage, wie kommen wir, wie kommen wir eigentlich weiter und da bin ich heute einen Schritt weiter, glaube ich, bei Ihnen mit Extinction Rebellion, dass wir viel mehr den zivilen Ungehorsam üben müssen und gleichzeitig was an dieses Gefühl setzen, wie kann ich existieren und trotzdem was Neues schaffen. also quasi dieses Gefühl, das wurde ja auch angesprochen, wenn ich jetzt heute aufhöre zu arbeiten und mich dem Aktionismus widme, wie lebe ich denn weiter, ich habe dann kein Geld mehr, also ich habe keine Eltern mehr, die mich unterstützen können, ich habe einen Job, da muss ich morgen hingehen, wir sind Kollegen, wir arbeiten, klar, wir können in unserem Arbeitsbereich was tun, aber im Grunde müssen wir viel mehr tun und dieses Aussteigen ist, glaube ich, einfach eine Nummer so riesig für viele Leute, wahrscheinlich alle, die hier auch hier drin sitzen, die wir wissen, so können wir morgen aussteigen, können Sie Ihren Job beim Filmmuseum aufgeben und auf die Straße gehen oder vielleicht, das ist eine gigantische Aufgabe und das ist so schwierig, ich glaube, da brauchen wir viel mehr Antworten, wir brauchen viel mehr Beispiele und da ist der Film ein gutes Beispiel dafür, dass es auch geht und dass man was zurückkriegt von dieser Gemeinschaft, von diesen Menschen, die da sind und die irgendwie sagen, egal, wenn man jetzt heute mal das nicht, aber da ist ja was Neues gewonnen, nämlich Freunde, Menschen, Ideen, Zukunft. Ja, ich finde es schön, wie die das sagen, weil ich glaube, so ist es genau, man fängt ein bisschen an zu denken, ich habe auch nicht von einem auf den anderen Tag gesagt, ich mache jetzt ganz viel Klimaaktivismus, das passiert einfach und man muss auch nicht auf der Straße sein, man muss sich nicht Urlaub nehmen, wenn man das nicht kann, wir können, die berufstätigen Menschen können sich nicht so viel Urlaub nehmen wie die Studenten oder so viel Zeit, aber es gibt eben die Möglichkeit von zu Hause aus, es gibt Leute, die machen einmal in der Woche eine halbe Stunde was am Computer, übernehmen eine Tätigkeit, das kann uns auch schon helfen, also es gibt wirklich auch, wenn ganz viele Leute was Kleines machen, passiert tatsächlich viel Großes und manche Leute fahren nur einmal, die transportieren nur hin und wieder die Sachen zu einer Aktion, zweimal im Jahr oder so, das kann trotzdem super sinnvoll sein, also trauen sie sich auch mit ganz kleinem bisschen Zeit oder auch mit der Angst, die man hat, wenn man zum ersten Mal Aktivismus macht oder so einfach bei den Bewegungen vorzusprechen und alle freuen sich, wenn man einfach auch moralisch schon unterstützt, weil Leute sagen, wir sind für euch da, wir kochen vielleicht nur mal für euch oder so, das kann auch schon wirklich total ermutigen, also keine Angst davor, was Kleines nur zu machen. Ja, ich möchte mich gerne, möchte mit meinem Vorredner anschließen, ich habe auch den Eindruck, wir sind hier eigentlich viel zu wenig und das ist ein Gedanke, den ich ganz oft habe, also ich bin seit mindestens 35 Jahren mit der Umweltschutzthematik vertraut und habe mich oft so gefühlt wie die eine Rednerin in dem Film, die sagte, die anderen haben mich ausgelacht, weil ich Müll trennen wollte und inzwischen sehe ich, okay, es werden mehr, aber meine Frage, die ich mir immer stelle ist, anscheinend leben ganz viele Menschen noch in ihrer eigenen Blase, sie finden es halt toll, mit 200 über die Autobahn zu brettern oder, weiß ich nicht, Urlaub auf den Malediven zu machen und ich sage mal, wenn man das Wissen hat, das wahrscheinlich die meisten von uns hier haben, sonst wären wir nicht hier und das hört, was da gesagt wird, auch in dem Film, dann müsste man sich klar machen, okay, ich darf mir vielleicht mal einen Schritt über die Stränge leisten, aber nicht ständig und meine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie können wir sozusagen dieses Wissen mehr unter die Bevölkerung bringen? Ich habe darauf keine fertige Antwort, aber ich glaube, das ist wirklich die zentrale Frage, wie können wir sozusagen die Dringlichkeit dieses Geschehens sozusagen mehr Menschen vermitteln? Ich kann dazu nur einen kleinen Beitrag noch sagen, ich selbst unterrichte an einem Gymnasium auf der anderen Rheinseite, kurz vor Mainz, meine Fächer sind Mathematik und Informatik, das hat nichts mit Umweltschutz zu tun, ich habe im letzten Jahr Oberstufe gehabt, ich habe meine Schüler immer mal wieder gefragt, ich habe eine interessante Dokumentation, gehört nicht zum Fach, wollt ihr das sehen? und ich habe gerade in Mathe zum Beispiel in den letzten beiden Doppelstunden vor den Sommerferien, habe ich einmal den Film Ich bin Greta gezeigt und noch einen anderen Dokumentarfilm, am Schluss kam ein Schüler explizit auf mich zu und hat sich dafür bedankt, dass ich ihnen das gezeigt habe und das ist von Schülern nicht selbstverständlich. Danke. Ja, das sind schöne Sachen, ich erinnere mich auch noch an einen Mathelehrer, der mit uns im Matheunterricht über Atomenergie gesprochen hat und das sind einfach inspirierende Momente dann. Ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich sagen wollte jetzt. Wollt ihr noch was sagen? Nee, ich glaube, fragen wollte ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich gerade auch noch irgendwie einen Gedanken, aber der ist vor Dankbarkeit an Mathelehrer versunken. Ja, keine Frage. Aber es gibt noch jemand anderes aus dem Publikum, der was fragen wollte? Ja, es ist vielleicht mehr ein Redebeitrag, sogar ein kleiner als eine Frage, denn ich glaube, wenn wir das Thema in der Dimension sehen, in der es das verdient gesehen zu werden, also in dem wirtschaftlichen Zusammenhang, der dahinter steht, in einer Wirtschaft, in der wir leben, in dem Land, in dem wir leben, mit dem wir zu den größten Verursachern gehören letztlich, dann sitzen wir, ich glaube, wir sind alle wahrscheinlich, wir haben einen hohen Anteil gebildeter, gutverdienender Menschen hier drin, nicht eingeschlossen, hoffentlich, und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist nicht nur, wie kann ich teilhaben daran, sondern zu wie viel Wohlstandsverzicht sind wir bereit? Darauf geht es nämlich hinaus. So mal als kleinen Denkbeitrag. Ich finde das mit dem Wohlstandsverzicht eigentlich gut, wenn man das in ganz kleinen Schritten macht. Also ich hatte am Anfang echt Probleme mit dem veganen Essen, meine Kinder haben mich dazu ermutigt vor vielen, vielen Jahren und wir haben das einfach so schrittweise gemacht, einmal in der Woche, zweimal in der Woche und mit der Hafermilch habe ich erst ein Drittel Hafermilch in den Kaffee gemacht und dann zwei Drittel und jetzt schmeckt er mir eigentlich nur noch mit Hafermilch. Also es ist von sich nicht zu erwarten, dass man sich von einem auf den anderen Tag sich verändert, aber so kleine Schrittchen machen und das ermächtigt auch, es gibt einem auch ein gutes Gefühl, dass man, ich glaube, die meisten von uns fühlen sich ohnmächtig, wenn sie in die Nachrichten schauen, weil wir alle schon lange wissen, dass das alles so nicht in Ordnung ist. Man erstarrt dann so und ich glaube, dass auch noch vielleicht, dass noch, als ich durch die Mathelehrer Sache abgelenkt war, was ich sagen wollte, also dass die Bevölkerung ist eigentlich schon in großen Teilen weiß. Es gibt ja diese Studien, dass 80 Prozent der Bevölkerung sagt, die größte Angst ist die Klimakrise und ich glaube, dass die Leute nicht handeln, ist nicht, weil sie nicht wissen, dass wir bedroht sind, sondern sie wissen nicht, wie wir handeln sollen. Wir haben es alle nicht gelernt. Also ich denke, wir müssen gemeinsam einfach das Handeln auch lernen. Also niemand bringt uns bei, wie man zivilen Ungehorsam macht und ich habe das auch in den Aktionstraining von ganz jungen Leuten gelernt oder so. Und ich glaube, vielleicht einfach schon darüber zu reden, wie wir das heute machen oder mal mit Freunden beim Essen darüber zu reden, was man machen kann. Das sind so kleine Sachen, wo man das Bewusstsein schaffen kann, dass man was tun kann und das ist, glaube ich, wichtig. Am Anfang haben wir diese Talks gegeben bei Extinction Rebellion über die Klimakrise, aber da haben wir schnell gemerkt, die Leute wissen eigentlich, also die wissen und gerade spätestens jetzt sei es eine Hochwasserkrise oder Katastrophe, dass es eine Katastrophe ist, aber sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Am Wissen liegt es gar nicht unbedingt. Es liegt am Zugriff darauf oder an der Handlungsbereitschaft oder Fähigkeit oder eben dem Wissen um Handlungsfähigkeiten, gar nicht so sehr am Wissen ums Thema. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag dazu. Ich denke, das passt sehr gut zu dem, was ich auch meinte. Sie sagt das Wort Einsicht. Einsicht ist ja ein rationales Phänomen. Also der Kopf vergleicht Daten miteinander und sagt, ja, besser gehe ich jetzt hier hin als da hin oder so. Was passiert aber psychologisch in dieser Gesellschaft weltweit seit Jahrzehnten? Wir sind alle konditioniert von A bis Z von morgen, dass es mehr ist gut. Mehr Wollen, mehr Auswahl, mehr Verbrauchen, weniger Verzicht ist absolut negativ besetzt. Und das sieht man ja an diesen politischen Sachen, wenn jetzt die Grünen sagen, ein Veggie Day. Wow, das ist eine riesige Kampagne. Und dann geht es ganz schnell los, dass sie dann die große Mehrheit leider dieses Landes zumindest haben, sagen, hey, das geht jetzt zu weit. Also ich werde wohl noch nach Mallorca fliegen dürfen. Da habe ich doch ein Recht dazu, ein Menschenrecht drauf oder so. Also diese ganze Diskussion um Verzicht ist natürlich psychologisch unglaublich schwierig, weil wir konditioniert sind, schon als Kinder, nehme ich an, such dir das aus, kriegst noch ein bisschen mehr und so weiter. Und das ist Befriedigung. Wir sind in einem ständigen Modus der Befriedigung von Bedürfnissen und der ist gleichzeitig nur eine Unterdrückung natürlich. Wir wissen, die Leute ahnen es. Das ist völlig richtig. Kopf vom Kopf her wissen wir. Deswegen sind die Umfragen ja, 80 Prozent besser ohne Fleisch. Und das haben sie ausgedrückt. Die Umfragen sagen das eine, das Handeln ist genau das Gegenteil oder was anderes. Und da müssen wir ansetzen, ich bin kein Psychologe. Ich bin Filmwissenschaftler und Medien und so weiter. Ich weiß nicht, ich gucke auch über formale Sachen, aber ich frage mich auch das ganze Zeit, wie beeinflusse ich eigentlich Verhalten? Und selbst Katastrophen reichen nicht mehr aus. Wir sehen es jetzt. Selbst die A geht schon in den Hintergrund. Die Agenda ist schon wieder weiter. Jetzt ist gerade Afghanistan ganz groß. Mit ganz anderen Themen. Also das ist das Problem. Wie kann ich denn Verhalten beeinflussen? Wir haben nicht so viel Zeit. Sorry, jetzt habe ich einen sehr gloomy Ausblick gemacht, aber das ist mein Problem. Aber ist das eine direkte Reaktion darauf, die Wortmeldung von da hinten? Ja, dann gleich sofort, denn das Stichwort der Zeit habe ich leider die unangenehme Aufgabe, die auch im Blick zu halten. Als es mit dem Verzicht aufkam, wollte ich quasi erzählen, dass ich mir Zeitungsartikel innerhalb von einem Jahr angeguckt habe und die analysiert habe und da geht es hauptsächlich darum, dass wir suffizienter leben sollen, verzichten sollen und wirtschaftliche Akteure eigentlich kaum vorkommen in dem medialen Diskurs über Plastikkonsum. Also ich habe mir jetzt speziell auf den Plastikkonsum und das irgendwie angeschaut, welche Akteure da dran beteiligt sind und wie die Medien das darstellen oder die Printmedien vor allem und ja, in jedem Artikel eigentlich stand, es geht um Suffizienz und es geht um Verzicht der einzelnen Personen und ja, was kaum vorkam war, dass man tatsächlich auf die Wissenschaft auch hören muss. Also die Wissenschaft als konkreter, aktiver Akteur ist in keinem der Zeitungsartikel präsent gewesen. So, als Info. Dann machen wir vielleicht als letzten Wortbeitrag noch die Dame dahin. Genau, musst du andersrum. Sorry. Ja, es ist richtig, dass ich vorhin wahrscheinlich das Wort Einsicht und Vernunft benutzt habe, aber was mir jetzt auffällt, ist, dass eigentlich als Ziele hier Verzicht immer wieder das Wort sind, die Wörter sind und das finde ich total schlimm. Ich habe während meines Berufes auch zum Beispiel Ernährungsberatung gemacht und da war es eine ganz klare Regel, dass man nicht auf irgendwas verzichtet, sondern dass die positiven Dinge herausgestellt wurden und das sollte vielleicht auch für uns ein Hinweis sein, dass wir sagen, wir verzichten jetzt nicht auf dies und das und jenes, sondern wir gewinnen etwas, so wie viele haben jetzt gewonnen mit Fahrrädern in der Corona-Zeit, ein Genuss der Natur. Also das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel. Wir haben auf vieles verzichtet, aber gleichzeitig haben wir auch etwas gewonnen und dieses Plus an Leben, das ist ja eigentlich das, was wir wollen und brauchen und deswegen sollten so Worte wie Nein oder Verzicht irgendwie zur Seite gelegt werden. Das ist die emotionale Seite von diesem Weg aus der Krise heraus. Oder ein Aspekt, denke ich. Definitiv die bessere Kommunikationsstrategie. Ich denke auch, was sich manchmal erst als Verzicht anfühlt, stellt sich halt nachher gar nicht so schlimm raus auch. Und ich weiß, eine Szene war ich bei einer Aktionskonferenz, wir haben immer vor großen Aktionen eine Konferenz, wo alle Bewegungen zusammenkommen und da gibt es dann immer Küfer, Küche für alle, da kochen halt Freiwillige in großen Töpfen Essen, was gerettet wurde aus irgendwelchen Containern oder irgendwoher und plötzlich, wir waren mitten in der Sitzung und dann roch es plötzlich nach Rotkohl und dann um mich herum waren diese ganzen Leute, man hat, es riecht nach Rotkohl, wie lecker. Und dann kamen wir runter und dann kriegten wir einen Teller mit drei Kartoffeln und einem großen Schopf, Kelle Rotkohl, ohne irgendwas anderes und alle waren einfach, dieses Essen ist großartig, wie fantastisch und also diese Dankbarkeit, die man einfach spürt plötzlich, weil vieles von dem Konsum ist ja auch so eine Ersatzbefriedigung. Und wenn man mit netten Menschen, mit denen man sich verbunden fühlt, weil man für dasselbe einsteht, zusammen eine einfache Mahlzeit genießt, die von netten Menschen gekocht und gerettet und gespendet wird, dann ist das manchmal so viel beglückender als ein Essen im Fünf-Sterne-Restaurant oder so. Und dann ist tatsächlich der Verzicht einfach weg. Dann fühlt man das nicht als Verzicht, sondern als einen großen Gewinn. Ja, das ist eigentlich ein total gutes Schlusswort, das finde ich. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Hiersein, Ihnen fürs Kommen. Weise nochmal darauf hin, sollten Sie Freunde, Bekannte, Interessierte wissen, die diesen Film vielleicht auch noch sehen wollen oder sollten, der läuft kommenden Sonntag um 20.30 Uhr nochmal bei uns im Kino und insgesamt ist der auch am vergangenen Donnerstag in Deutschland gestartet. Das heißt, den kann man jetzt auch in anderen Kinos sehen. Genau. Und dann, ich würde vielleicht noch kurz sagen, wenn Sie tatsächlich Beratung wollen, in welcher Klimabewegung Sie mitmachen können oder welches es überhaupt gibt und was die alle machen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an frankfurt.extinctionrebellion.de. Das ist auf unserer Webseite auch zu finden, die landet bei mir und dann mache ich das gerne, weil ich finde es einfach schön, wenn Leute sich auf irgendeine Weise engagieren wollen. Also vielen Dank auch für die spannenden Fragen heute, das ist immer wieder interessant. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.